Freunde, jetzt wird es spannend. Diese Idee bzw. die Logik, was ich jetzt gleich erkläre, die ist mir gestern spontan bei einem Beratungsgespräch eingefallen. Das war wie ein Blitz. Und zwar, passt auf, es gibt ja viele, vor allem Männer betrifft es ganz oft, zwischenzeitlich auch so die eine oder andere Frau. Tagsüber, während des Business-Alltages, gerade bei Führungskräften, bei Unternehmern, bei Abteilungsleitern, die eine hohe Verantwortung tragen, fällt ganz oft das Mittagessen aus. Ja, gestern hatte ich ein Beratungsgespräch und da war es auch so, also männlich, über 1,80 Meter groß, relativ muskulös, ein bisschen Übergewicht. Der hatte nur morgens gegessen, morgens zwei Kaffee, klar, dass er überhaupt wach wird, dass überhaupt mal der Start des Tages funktioniert und dann eine Banane, ein kleines Müsli, bis abends teilweise 19 Uhr, das war das Einzige, was gegessen wurde. Und er sagt zu mir, Andreas, ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das so kenne, dass viele das Mittagessen ausfallen lassen und sagen, Andreas, ich habe gar keinen Hunger. Wie geht es jetzt, dass ein Mensch den ganzen Tag arbeitet, zwar nicht körperlich, aber im Sitzen, der Geist braucht ja Energie, der Körper braucht ja auch Energie ein bisschen. Das mit zwei Kaffees und ein kleines Frühstück morgens bis abends. Wie funktioniert das überhaupt? Warum hat dieser Mensch keinen Hunger? Warum fühlt dieser Mensch diesen Hunger nicht? Was steckt denn eigentlich da dahinter? Das ist super spannend. Das ist super spannend. Ich bin auch gerade an einem Buch, da geht es ziemlich viel um Biochemie, die Biochemie des Körpers, was gewisse Verhaltensweisen ausmachen, wie die auf unsere Biochemie sich auswirken. Das ist wirklich faszinierend und spannend. Dann kam mir folgende Idee. Schaut mal, in der Urzeit war es ja so, dass der Mann fürs Jagen da war. Jagen bedeutet, Wild erlegen, mit nach Hause nehmen, Erfolg haben, dafür sorgen, dass der Familie gut geht und dann haben wir einen hohen Anerkennungsstatus. Wir sind gut, wir sorgen für die Familie, es tut uns gut, fühlt sich gut an. Das war in der Urzeit, Mensch. Jetzt überlegt mal ganz gut. In der Urzeit konnte dann der Jäger mal zwischendurch sagen, weißt du was, jetzt machen wir erstmal eine Mittagspause und fangen mal an, was zu essen, zu grillen. Das hat der Urzeit, Mensch, sicherlich nicht gemacht, weil er in der Regel nichts zu essen hatte, er musste erst jagen. Also war der maximale Fokus, die maximale Aufmerksamkeit galt, der Jagd. Ihr kennt den fokussierten Blick, was passiert, wir sind auf der Jagd, Adrenalinspiegel geht nach oben, Luchtenschutzhormon. Natürlich, klar, wir brauchten das, wir brauchen das Noradrenalin. Besser zu sehen, besser zu hören, besser zu rügen. Das war ein ganz natürliches System. Und in dem Moment war der maximale Fokus auf der Jagd nichts anderes, es wurde alles ausgeblendet. Da gab es keinen Hunger. Warum? Wenn der Adrenalinspiegel nach oben geht, wenn Noradrenalin nach oben geht, wenn diese Hormone steigen, dann wird Energie in die Extremitäten, in die Arme, weg vom Magen-Darm-Trakt-Bereich. Da gibt es keine Durchblutung für den Magen-Darm-Trakt. Der muss warten, der muss hinten anstehen. Denn Priorität hat der Erfolg bei der Jagd. Ansonsten wären wir nicht überlebensfähig gewesen. In dem Moment werden auch sämtliche Hungersignale, unter Adrenalin gibt es keinen Hunger, das gibt es nicht. Unter diesem Aktionismus, Vollgas, gibt es keinen Hunger. Der Magen-Darm-Trakt wird nicht durch Blutes Hunger, das Hungersystem im Gehirn wird unterdrückt. Wir spüren es nicht. Es ist nicht so, dass das dann krank ist, das ist ein völlig natürlicher Instinkt, hormonell geregelt. Aber wir spüren dem und keinen Hunger. Jetzt machen wir uns mal Gedanken darüber, was hat der Urzeit-Mensch mit dem Jagen, mit dem modernen Mann zu tun? Er jagt doch gar nicht mehr. Das ist doch völliger Bullshit. Raus aus der Box. Natürlich jagen wir noch. Natürlich jagen wir kein Wild mehr. Natürlich sind wir nicht mehr draußen im Wald auf der Jagd mit Beil und Bogen, sondern wir jagen, wir Männer jagen nach Erfolg. Wir brauchen Erfolg, wir wollen Erfolg haben. Denn unsere Beute ist heute nicht das Wild, sondern der Erfolg. Das ist der neue Auftrag. Die Gutschrift auf dem Konto. Jede E-Mail, jede Konversation, die wir betreiben, mit Mitarbeitern, mit Kunden, was auch immer, steckt immer hinten dran, dass wir natürlich versuchen, mit dem, was wir tun, mit unseren Verhaltensweisen, Erfolg zu garantieren. Erfolg zu haben, Anerkennung zu bekommen, im Status zu steigen. Das ist unser Anliegen, Anerkennung, Status zu steigen. Dafür brauchen wir Erfolg. Dafür haben wir uns selbstständig gemacht. Dafür haben wir diese hohe Position. So, und jetzt sind wir, als moderner Mann, auch manche Frauen schon, wir sind auf der Jagd nach Erfolg. Und was passiert bei der Jagd? Auch jetzt bei der Jagd nach Erfolg, was passiert mit unserem Hormonhaushalt? Was passiert mit unserem Hormoncocktail im Körper? Was produziert er? Exakt die gleichen Hormone wie auf der Jagd. Und was passiert? Es wird das Hunger, der Hunger wird unterdrückt, das Hungerzentrum wird ausgeblendet. Geblendet. Wir haben keine Zeit zum Essen. Das geht nicht. Beziehungsweise denken wir nicht mal drüber nach, weil wir in dem Moment gar keinen Hunger empfinden. Wir haben ganz klar den Fokus auf unser Projekt. Die nächste E-Mail muss beantwortet werden. Das nächste Telefonat ist wichtig. Die nächste Besprechung ist wichtig. Da können wir keinen Hunger haben. Nummer eins. Nummer zwei. Instinktiv wissen wir doch ganz genau. Wenn wir jetzt einen Break machen und jetzt was essen, dann werden wir müde. Dann werden wir Drecke. Dann verlieren wir den Fokus. Dann haben wir eine Pause. Das geht nicht. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen erlegen. Wir brauchen diesen Erfolg. Und zwar jetzt und sofort. Ansonsten werden wir nicht überleben. Denkt mal drüber nach. Ihr denkt jetzt gerade, Alter, was ist mit dir los? Denkt mal da drüber nach. Rundergerechnet sind wir Spielball unserer Hormonsekretisierung. Ja, und das passiert uns. Der moderne Mann, der jagt eben nach Erfolg. Das sind wir Männer. Und somit wird tatsächlich mittags vergessen. Und jetzt ist es natürlich anfänglich. Ihr habt den Satz oben drüber gelesen. Der moderne Jäger wird abends fett. Was steckt dahinter? Was passiert nach die Jagd? Was passiert nach die Jagd, wenn wir fertig gejagt haben? Der Adrenalinspiegel geht runter. Der Stresshormonspiegel senkt sich. Das Cortisol senkt sich. Und ja, jetzt kann der Körper wieder parasympathisch werden. Und das bedeutet, Hunger ist da. Der Körper darf wieder verdauen. Ja, Blutvolumen darf nach unten. Es ist alles vorbei. Die Jagd ist passiert. Wir haben Erfolg gehabt. Alles gut. Haken dran, Haken dran. War gut. War super. Jetzt brauchen wir noch eine Belohnung. Natürlich. Und jetzt kommt der moderne Mann, der moderne Jäger, kommt abends nach Hause. 18, 19, 20 Uhr. Hat ein Holla-Hopp-Frühstück gehabt. Schnell, schnell, schnell. Er hat ja keine Zeit. Er muss auf die Jagd. Hatte. Dann. Kein Mittagessen. Kein Mittagessen. Wenig Mittagessen. Super wenig. Und jetzt abends, wenn der Körper in die Homostase kommt, der Hormone, wenn Parasympathik ist nach oben, die Entspannungsfaktor kommt, dann darf der Körper sich umhungern, kümmern, um Reparaturarbeiten. Dann bekommen wir Hunger. Jetzt ist 19 Uhr. Und der Hunger ist da. Kühlschrank auf. Erstmal ein bisschen was reinfuttern. Erster Hunger. Essen schon fertig? Okay, ist schon fertig. Mh, Nudeln brauche ich. Ich brauche jetzt Nudeln. Ich brauche jetzt Kartoffeln. Ich brauche jetzt Pommes. Ich brauche jetzt Pizza. Ich brauche jetzt Nottchis. Ich brauche jetzt noch ein Bier. Ich brauche noch ein Wein. Ich brauche danach noch Chips. Ja, warum? Die Kalorien fehlen. Eine Jagd ist anstrengend. Die hat unglaublich viel Energie verbraucht. Wenn der Adrenalinspiegel hoch schießt, dann ist natürlich unser Körper unter Alarm. Die ganze Reaktionsfähigkeit steigt. Wir brauchen mehr Energie in den Beinen, in den Armen. Die Muskelzellen arbeiten mehr. Die Nerven brauchen mehr Nahrung. Und das pusht den Energiebedarf nach oben. Man wird nicht gedeckt von außen. Dann sagt der Körper abends, mein Freund, jetzt wird es Zeit, dass du das, was du tagsüber vergessen hast, was du nicht essen konntest, weil du gejagt hast. Das brauchen wir jetzt. Und dann badert man sich abends die größte Menge an Energie rein. Und das ist tatsächlich dann vom Gesamtkalorienhaushalt sind es abends bei vielen 70%. Von den Gesamtkalorien werden abends zugeführt. Das heißt dort, wo ich am wenigsten Energie brauche noch, weil ja kein Aktionismus mehr stattfindet. Wir gehen ja später ins Bett, wir sitzen auf dem Sofa. Blutzuckerspiegel schießt nach oben. Der Körper schützt sich durch Insulin, transportiert den Zucker weg in die Fettzelle. Ja, da fährt das kleine Auto vor. Da drin sitzt der Polizist mit auf dem Käpfchen Insulin und sagt, Zucker kommt rein, Freunde, schnell, 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 einsteigen, einsteigen, ich habe was für euch. Durch die Blutbahn, in die Fettzelle einsperren, Schlüssel wegschmeißen. So, und dann machen wir das 10, 15, 20 Jahre, manche nur 5 Jahre und auf der Waage bing, 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 bing. 5 Kilo, 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo, 25, 30 Kilo. Ja, aber ich habe doch gar nicht so viel gegessen. Ich habe auch kein kleines Frühstück gehabt. Ich habe ja nur gar kein Mittag gegessen, ich habe nur noch abends gegessen. Warum nehme ich zu? Was ist hier los? Weil du auf der Jagd warst. Weil deine Hormone dein Verhalten bestimmen. Und weil die Hormone mächtig sind, weil die den ganzen Hunger unterdrücken können. Ja, und das war jetzt für euch auch mal, das ist die Warum-Lupe, die ich immer einsetze. Denn viele fragen sich dann, okay, jetzt muss ich Sport betreiben, jetzt muss ich die Ernährung umstellen, um abzunehmen. Aber das Warum ist noch gar nicht geklärt. Warum ist es überhaupt passiert? Denn wenn wir jetzt nicht hergehen und diese Verhaltensmuster erneuern, das ist ja ein Verhaltensmuster, das ist ja ein neuronales Netzwerk, auf das wir zurückgreifen und sagen, ja, mit dem haben wir Erfolg gehabt. Hast du Jagd Erfolg gehabt? Ja, du warst doch erfolgreich. Du bist ein bisschen sehr erfolgreich. Also greifst du auf diese Daten zurück, überlegst, wie habe ich das hinbekommen? Okay, ich habe nicht Mittag gegessen, ich habe auch nicht gefrühstückt. Also das ist safe, das funktioniert, ich habe ja Erfolg. Dass du dadurch deine Gesundheit ruinierst, das ist auf dem zweiten Land. Wichtig ist ja die Jagd der Jagderfolge. Das ist super spannend, oder? Das ist super spannend. Das ist mir jetzt gestern so klar geworden. Natürlich, ich habe Ausbildung, Ernährungscoach, Ernährungstrainer, Stoffwechseltrainer, Mentaltrainer, Burnout-Residenztrainer, kognitiver Coach. Das alles hat alles mit Hormonen zu, und jetzt habe ich noch Bücher mit Biochemie. Und jetzt hat sich auf Amel das verknüpft, und ich denke, Alter, überleg mal, was da passiert. Und jetzt habe ich ein krasses Warum gefunden, warum das so ist. Und wenn du jetzt jemand bist, der auch sagt, hey, stimmt, das geht mir auch immer so, ich esse immer abends am meisten, ich habe extrem heiß Hunger am Abend. Jetzt kennst du natürlich auch den Ursprung. Und wenn du jetzt dein Persönlichkeitsprofil nicht änderst, wenn du die Verhaltensstruktur nicht änderst, dann wirst du immer wieder auf das alte neuronale Netzwerk zurückgreifen. Das ist so eine Kiste mit ganz vielen Schubladen, die machst du auf und guckst rein, nicht Mittagessen, okay, hat zum Erfolg geführt. Wenig Frühstück gegessen, hat zum Erfolg geführt. Das ist das Wichtigste, die Jagd muss funktionieren. Okay, alles klar, passt. Wenn dir jetzt also kein neues neuronales Netzwerk aufbauen, kein neues Persönlichkeitsprofil erarbeiten, werden wir immer wieder aufs alte neuronale Netzwerk zurückgreifen, immer wieder die gleichen Fehler machen. Dann kannst du einen Ernährungsplan bekommen, wie du willst. Wenn du das nicht für dich klärst, wenn es nicht klar ist, was war dein Ursprung, warum ist dir das überhaupt passiert, dass du 10, 15, 20, 25 Kilo übrigens viel bekommen hast und dann nicht diese Glaubenssätze, diese Verhaltensstrukturen, dieses alte neuronalen Netzwerk zerlegst durch rationales Denken, das was wir jetzt gerade gemacht haben, zu gucken, was dann warum, nicht durch neue Informationen ersetzt, die safe sind, die sicher sind, dann werden wir, wirst du, dauerhaft keinen Erfolg haben. Also, für mich ist es super spannend, so passiert mir das ganz oft, dass sich während Beratungen so neue Ideen haben, die werden sofort aufgeschrieben, da wird auch der Coach, er gibt mir ganz kurz Zeit, beim gestrigen war es drei Podcast-Ideen, drei Video-Ideen, sensationelle Sachen, das ist so mega, das feiere ich so, wenn dann mal, ey, die Logik da ist und denkst, Alter, das ist ja so krass, warum das passiert. Und für mich und für alle anderen auch, die ich kennengelernt habe, meine ganzen Coaches, spüre ich, wenn sie das Warum kennen, wenn sie wissen, warum ist das überhaupt passiert, hat man überhaupt erst das Rezept, beziehungsweise, dann hat man die Chance, erfolgreich zu sein, indem man genau diese Verhaltensstruktur ersetzt durch eine neue. Wenn wir das nicht wissen, wenn wir ständig nur am Symptom arbeiten, nicht in die Ursache gehen, dann wird es passieren, was passiert? Richtig, Jojo-Effekt. Ich mache es eine Zeit lang, lasse es wieder fallen, mache es eine Zeit lang, wir werden nicht glücklich. Warum? Nicht, weil wir nicht lesen können. Nicht, weil wir doof sind und den Ernährungsfach nicht kennen. Nicht, weil wir doof sind und nicht wissen, was wir essen sollen. Nicht, weil wir zu doof sind, uns zu bewegen. Sondern, weil wir ständig in diesem alten, neuronalen Netzwerk sind und es warum nicht geklärt ist, warum es passiert ist, genau darauf wollte ich euch hinweisen. Ich finde es extrem spannend. Ich hoffe, ihr findet es auch extrem spannend. Macht euch mal darüber Gedanken, wenn du jetzt gerade vor der Kamera sitzt oder gerade ein Stöpsel im Ohr hast und zuhörst und sagst, hey, stimmt, wow, krass, was da abgeht. Jetzt bin ich doch tatsächlich im Spielball meiner Hormone und ich bräuchte ganz dringend Hilfe. Da kannst du dich jetzt gerne melden. Du findest unten in den Shownotes unter Bemerkungen findest du andreas-trienbacher.com Da gehst du rein, da ist ein Kalender drin, da klickst du an und trägst deinen ersten unverbindlichen Beratungstermin ein. Da haben wir zwei das Vergnügen, dass wir beide über deine Strategie reden. Wie können wir bei dir strategisch vorgehen, die alten neuronalen Netzwerke eliminieren durch neue Ersetzen, passen dazu, Ernährung umstellen, passen dazu, Bewegungsverhalten umstellen, wenn noch Luft ist, aber noch Schlafverhalten und das Achtsamkeitsregen mit einbauen. Dann wirst du garantiert in Zukunft diese Fehler, was dir in der Vergangenheit passiert sind, nie, nie, nie mehr machen. So, jetzt liegt es an dir. Aber bitte eintragen. Und dann haben wir in Kürze das Vergnügen, dass du entweder hier bei mir vor Ort sitzt, wir hier im Vier-Augen-Gespräch sind oder wir machen das Ganze rein online, wenn du von Hamburg, von München, von Mexiko, von Dubai, von der Schweiz, von Österreich kommst. 80% meiner Coaches kommen nicht aus dem Raum von Karlsruhe, sondern die sind über ganz Deutschland, über die Schweiz, Österreich, Dubai und Australien verteilt. So, du bist dran. Warte nicht länger, jetzt sofort, ich freue mich. Bis dann.